wunderschönen guten morgen unser inventar ist voll wir verkaufen gleich mal hier haben wir noch acht stück raus damit auf jeden fall mit so ist hier die sind nur zu ernten da ist aber nichts fertig okay dann das nehmen wir mit da haben wir noch fünf so wir gehen gleich mal verkaufen bevor wir hier irgendwas machen so das heißt vielleicht werden wir heute im feenreich mal ein bisschen oder so dass die mal weiterkommen weg damit so die zwei stück und die fünf und hier so dann haben wir morgen schon wieder ein bisschen geld so und bei dir gehen die neuen samen noch nicht okay okay dann holen wir uns gleich noch die sachen von den tieren gut wie viel geld haben wir zwei drei ist noch immer zu wenig das ist noch immer zu wenig weil ich will gerne weiter aufwerten die resten haben es noch das passt so dann lassen wir euch gleich mal raus dass ihr bescheid wisst so eins zwei drei dann haben wir hier alles sein so dann hat sich hier komischerweise gar nichts getan ihr wollt nicht raus ihr kommt aber raus das ist schon einmal fertig zweimal meistens fertig was da ist es nur ein was da ist okay na gut so finna jetzt haben wir wieder springen dann blatt jetzt können wir da wieder weitere felder machen auch nicht so was haben wir noch nichts fertig diesen muss ich es nicht okay ja gut wenn das so ist okay ich würde tatsächlich so warte 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 wir haben hier da braucht man gar nichts aus drübe das wird uns ablaufen frostholz stammen können wir leider noch nicht abbauen aber ein smaragd das heißt wir haben zwei stück dabei wir gehen hier jetzt in die mine und holen uns smaragd das und was wollte ich nicht also mal was wollte ich noch machen also das war was zum anbauen gibt es hier eigentlich irgendwo mal laden öffnen was hast denn du was das ist ein viel zu viel was mache ich denn drei und hier kauft man nur drei krass was hast du das sind die tränke das sind die baumsamen ja schreinerei dienste okay cool dann können wir zu hause also da unten ist jemand beim insekten fangen können wir zu hause neue pflanzen an also blumen anbauen wie cool so dann schauen wir mal genau rauen arme dienste habe ich auch für irgendwas gebraucht aber mir geht's hauptsächlich jetzt nur um raum ein raum und raum samaragt und die ggf 21 rein dann passt das schon Hallo? Ah, verdammt. Mehr da jetzt. So, die nehmen wir mit. Sonst noch irgendjemand? Da das Buch. So, dann schauen wir hier noch hoch. So, dann gehen wir mit. Und die Tür. Dass wir die Aufgaben mal fertig machen, wäre nämlich auch nicht schlecht. So, dann gehen wir mit. Nee? Okay. So, ich hole natürlich jetzt nur die wichtigsten Sachen raus, oder? Das ist, glaube ich, klar. Jetzt habe ich fest runtergefallen. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, dann schauen wir hier noch rüber. So, mitgenommen. Okay. Ja, es war dran, hält noch ein bisschen. Das heißt, da können wir ruhig weiter. Das heißt, da können wir ruhig weitergehen. So, dann schauen wir hier noch rüber. So, dann schauen wir hier noch rüber. So, dann schauen wir hier noch rüber. Passt. Passt. Ich mache viel zu wenig, kommt mir vor mit dem Zaubern. Ich könnte viel eher, glaube ich, damit arbeiten. Aber Irgendwie mache ich es nicht. Und ich weiß nicht, warum. Au, ich hänge fest. Sonst noch? Niemand? Okay. Dann nehmen wir das alles mit. Wie viel habe ich davon schon? 29. Sprich, ich kriege zwei Stücke erst raus. Huh. Au. Voll gegen die Säule. Au. Sag mal, spinnst du? Geh weg. Da ist sonst nichts. Schau mal hier noch rüber. So. So. Du gehst gleich mal. So. Da wird bestimmt jetzt auch gleich eine kommen. Sag ich ja. Passt. Da oben war ich ja schon, oder? Ja. So. Eine Ebene geht sich bestimmt noch aus. Äh, ist dann eh im Endeffekt schon die letzte. Hallo? Ich war nicht mehr im Kreis drinnen. Hennen. So. Sonst noch irgendwo was? Da haben wir noch einen. So. So. Kommt keiner? Passt, dann können wir hier abräumen. Niemand? Schade. So. Jetzt heißt es eh dann schon ein bisschen auf die Tube drücken. Hier war man. Schauen wir noch hier rüber. So. Nehmen wir mit. Und dann ist noch hier. Und dann sind wir eh schon fertig. Passt. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich mit dem jetzt spreche? Er schläft. Das heißt, mit denen kann ich jetzt gar nicht mehr interagieren, oder wie? Ist auch komisch. Schade eigentlich. So. Das heißt, jetzt gehen wir dann direkt schnell heim. Dass wir die gleich machen können. So. Sieben Stück kriegen wir zusammen. Sprich. Dann haben wir es. Dann können wir das abgeben und zum nächsten eventuell gehen. So. Ah ja, wir haben hier Blumen. Warte mal. Warte mal. Ähm. Ich weiß nicht. Ich lasse die erst mal noch. Ich mache hier jetzt neue Blumenfelder. Ne, nicht einen Hydroboden. Den will ich nicht. Blumenbeet. So. Und hier. Ähm. Machen wir Blau. Rosa. Grün. Blau. Rosa. Grün. Blau. Haben wir jetzt Blau und Grün schon beisammen? Äh. Blau und Grün. Naja. Aber wir könnten ja trotzdem hier nochmal Grün. Blau. Rosa. Blau. Und hier. Passt schon. Da könnten wir ja versuchen noch eine. Das ist eine rosane. Hier eventuell noch eine rüber zu schiffen. Das könnten wir noch probieren irgendwie. Passt. Gut. Dann hauen wir uns ins Bett. Sag ich erst mal Dankeschön. ein gutes Nächtle und wir sehen uns am Morgen in aller Frische wieder. Gute Nacht. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018